Wir können davon ausgehen, in Europa gibt es eine Rettungsaktion, normalerweise maximal 36 Stunden. Versucht wirklich Checkpoints zu haben, wo ihr sagt, okay, ich melde mich einmal am Tag. So, weil das Problem ist, wenn ihr jetzt fortgeht und sagt, ich bin seit drei Tagen weg und ihr seid direkt aber schon am Tag 1. In einer Notsituation bringt es nichts, wenn die Person erst in vier Tagen Hilfe hoch ist. Die Notrufzentrale, bitte suchen Sie 1,5 Kilometer südlich Ihrer Position die Schutzhütte an der Moosalpe und warten Sie dort auf Rettung. Auf Wiedersehen! Die Notrufzentrale, Rettung kann aufgrund eines Erdrutsches nicht erfolgen. Bitte suchen Sie in der Hütte nach nützlichen Gegenständen und folgen Sie dem Fluss auf der Ostseite Richtung Norden. Wir kontaktieren Sie, sobald wir eine neue Möglichkeit zur Rettung gefunden haben. Wir kontaktieren Sie den Fluss auf der Ostseite Richtung Norden. Was haben Sie gesagt? Plus auf der Ostseite Richtung Norden. Sollen wir suchen oder? Sollen wir gehen. Sollen wir folgen. Sollen wir folgen. Flussdurchquerung, genau das was wir gerade eben gemacht haben, das ist auch genau das richtige Vorgehen. Das heißt man guckt erstmal am Ufer, wo kommt man überhaupt am sinnvollsten durch, wo ist es am sichersten, was ist unser Ziel, was müssen wir ansteuern, wie sieht das Gewässer aus, ist es schnell fließend, ist es langsam fließend, ist es tief, ist es flach. Es sind Steine drin, wenn Steine drin sind und die sind mit Wasser bedeckt, ist die Wahrscheinlichkeit wieder extrem hoch, dass es rutschig sein kann. Einfach, dass man das Gewässer schon ein bisschen einschätzen kann, um sich ein bisschen gedanklich auch darauf vorzubereiten. Jetzt jetzt hier an der Stelle ist das Wasser wahrscheinlich nicht wahnsinnig tief, aber sehr sumpfig und ein bisschen blöd zum Durchkommen, weil es ziemlich stark zugewachsen ist. Und wenn wir durch ein Gewässer gehen, gibt es eigentlich so knapp drei Methoden. Also die Möglichkeit Nummer eins ist, das ist die beliebteste eigentlich, man nimmt sich so ein Stecken und nimmt den nicht so wie ein Halter, sondern genau umgedreht und führt den dann quasi als drittes Bein so ein Stück weit vor sich her. Man muss aber jetzt dazu sagen, die Flussrichtung würde jetzt von hier nach da fließen, sodass ich immer sehe, was mir im Gewässer entgegenfließen kann. Und damit taste ich mich da so ein Stück vor. Wenn ich einen stabilen Stand habe, dann laufe ich einfach ein bisschen wieder weiter, sodass ich einfach nicht, dass ich mich hier auch ein bisschen reinlehnen kann, damit ich nicht weggespült werde. Dafür ist es natürlich wichtig, dass der Stab auch ein bisschen stabil ist. Also jetzt hat nicht irgendwie, nehmt nicht den dicksten, sodass ihr den nicht mal vernünftig umgreifen könnt, nehmt nicht den dünnsten, dass der sofort durchbricht, nehmt keinen Morschen. Also der hier ist für mich jetzt eigentlich ziemlich optimal. Ich hätte ihn auch nochmal hier ein bisschen ablenken können. Wäre jetzt auch kein Problem gewesen, dann hätte er eigentlich auch die perfekte Länge. Ähm, da könnt ihr mal gucken, da hier liegt ganz viel Todhassen dagegen drum. Ihr habt ja eine Säge bekommen von mir, da könnt ihr mal gucken, was ihr habt. Im schlimmsten Fall, ihr müsst es ja auch nicht unnötig kompliziert machen, so wie das hier gerade eben auch die Äste weggemacht habt. Da habt ihr auch die Option, gucken, dass man hier nicht immer rein sagt, dass die einfach an so einen Baum herangeht und hier die Äste quasi so dagegen abschubbart. Zählte das? Das würde theoretisch nicht vollständig werden, würde das genauso gehen. Also da braucht ihr jetzt auch nichts unter sicheres Werkzeug. Versucht mal, ohne großes Werkzeug auszukommen. Genau, und damit könnt ihr eigentlich ganz gut vorankommen. Ähm, warum habe ich das jetzt als Umgedreht gemacht? Das liegt daran. Holz hat einen gewissen Auftrieb, wenn es natürlich ins Wasser reinkommt. Ähm, hier ist der Vorteil, dadurch, dass ich weniger Masse an Holz ins Wasser bringe, habe ich auch weniger Auftrieb. Ja, wenn ich das jetzt als Umgedreht machen würde, so, hier habe ich mehr Masse. Das heißt, ich habe hier mehr Auftrieb und es ist auch ein bisschen schwieriger, präzise zu arbeiten. Deswegen immer mit dem dünneren Ende nach unten, aber es darf nicht so dünn sein, dass es sofort abgeht. Ja, aber das heißt, es darf nicht so dünnen. Man kann das nicht so dünn sein, dass es jetzt nicht so dünnen. Oder jetzt darf ich von diriam, um es zu prüfen, dass es sich nicht reparieren. Aber das ist keine Ruheischung. Töne? Wir müssen das nicht so dünn. Immer vorher frei. Das war's für heute. Wie zu Hause, gell? Ah, nicht ganz, aber... Aber so mit den Latschen, ich will jetzt wieder heim. Ich kann jetzt nicht anfangen, meine Schuhe zu trocknen hier drin. Ja, das ist auch ganz gut, aber meine Socken teilweise trocknen jetzt auch ein bisschen. Moin! Stefan möchte ich auch Moin sagen oder schläfst schon? Der schläfst schon. Ich weiß noch, wie es geht? Verletzungen, macht vielleicht gegebenenfalls noch mal einen kurzen Bodycheck oder so. Ja, es ist eure Party. Ihr habt einen Verletzten, was tun? Wir freuen. Wir freuen. Oder noch mal umlegen. Aber ihr glaubt es ja, wir können die Jungs tun später, so wie wir gestern gekommen sind. Oh, das war ja auch nicht ganz. Oh, wie geil. Wunderbar. Wunderbar. Ja, ist immer noch rutschig. Wunderbar. Ja, das war ja der links. Vorsicht, da steht ein Mensch. Ja, die Ehe nach vorne hin. Halt mal hinten. 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 Geil! Untertitelung des ZDF für funk, 2017